Das Wasserwerk Friedrichshagen wurde ab 1889 nach Planungsarbeiten von Henry Jill gebaut und 1893 in Betrieb genommen. Seit 1987 befindet sich in einem stillgelegten Teil des Wasserwerks das Museum im Wasserwerk. Im Museum werden historische Zeugnisse zur Geschichte der Wasserversorgung und der Stadtentwässerung Berlins gesammelt, erschlossen und ausgestellt. Der Besucher des Museums erlebt Natur, historische Architektur, Technik und museale Darstellung am originalen Standort. Als besonders sehenswert gilt die Maschinenhalle mit einer vorführbaren Dampfmaschine aus dem 19. Jahrhundert. Geschichte Das ursprüngliche Wasserwerk Friedrichshagen war das dritte Wasserwerk in Berlin. Die bereits bestehenden Wasserwerke am Strahlauer Tor und am Tegeler See, welche unter der Leitung des Ingenieurs Henry Jill errichtet wurden. Reichten aufgrund der industriellen und bevölkerungspolitischen Expansion nicht aus. So stellte Jill 1887 sein Projekterrichtung einer Wassergewinnungsstation am Müggelsee und ein Zwischenpumpwerk in Lichtenberg vor. Das Projekt für die Nutzung des Müggelsees wurde auf einer Fläche von 7.000 Quadratmeter umgesetzt und am 28. Oktober 1893 gingen die Anlagen in Betrieb. Die Hochbauten im Stil des Märkischen Backsteinbaus schuf der Architekt und Stadtbaumeister Richard Schulze. Zur Zeit der Inbetriebnahme war das Wasserwerk das größte und modernste Europas. Zugleich stellte das Wasserwerk am Strahlauer Tor im Jahre 1894 seinen Betrieb ein. Mit insgesamt sechs Maschinenhäusern, 34 Langsamsandfiltern, vier Rieselären, zahlreichen Nebengebäuden und vier Wohnhäusern ist das ursprüngliche Wasserwerk, das sich auf einem Areal von 55 Hektar ausdehnt. Ein erhaltenes Zeugnis der Industriegeschichte und ein Flächendenkmal von europäischem Rang. Anfangs wurde ausschließlich aus Oberflächenwasser des Müggelsees Trinkwasser gewonnen. Die Tageskapazität betrug 86.400 Kubikmeter Wasser. Im Zeitraum 1904 bis 1909 wurde das ursprüngliche Wasserwerk zur Gewinnung und Aufbereitung von Grundwasser umgebaut. Man bereitete nun mehr Wasser auf. Als Folge der Grundwassergewinnung entstanden Sammelbrunnen, welche 1991 bis 1995 restauriert wurden. Im Zeitraum 1925 bis 1927 erfolgte eine teilweise Modernisierung, wodurch Teile des Wasserwerks elektrisch betrieben wurden. Außerdem erhöhte sich die Tageskapazität auf 320.000 Kubikmeter aufbereitetes Wasser. Im Jahre 1979 kamen das erste und im Jahre 1983 die Kasekunden zweite Grundwasserwerk neu hinzu. Ebenfalls im Jahr 1979 wurde der Dampfmaschinenbetrieb eingestellt. Seit 1991 ist die Entnahme von Oberflächenwasser eingestellt und es wird nur noch Grundwasser im neuen Wasserwerk gefördert. Somit entstand ein schrittweiser Übergang vom alten zum neuen Wasserwerk Friedrichshagen. Museum im alten Wasserwerk Koordinaten des Museums 52 Grad 27 N 13 Grad 39 O Seit 1987 befindet sich in einem Teil des alten Wasserwerks das Museum im alten Wasserwerk zur Geschichte der Wasserversorgung und Stadtentwässerung. Es befindet sich im alten Kesselhaus mit Anschluss zur Maschinenhalle des alten Wasserwerkes. Zum 1. August 2014 ging der Betrieb von den Berliner Wasserbetrieben auf den Verein Berliner Unterwelten über. Seit August 2015 bietet der Museumsbetreiber an den Wochenenden Führungen an, bei denen auch bisher nicht zugängliche Bereiche des alten Wasserwerks besichtigt und erklärt werden. Beispiele sind der Sammelbrunnen, der Bereich unterhalb der Dampfmaschinen sowie das Ende der 1980er Jahre gebaute Seewasserpumpwerk. Zu einem späteren Zeitpunkt soll eine weitere Tour durch die langsam Sandfiltergewölbe angeboten werden. Das gesamte Ensemble am Möggelsedamm ist im märkisch-gotischen Backsteinstil errichtet. Seit 1987 zur 750-Jahr-Feier Berlins der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, ist das Museum im Wasserwerk nicht nur für Technikinteressierte einen Besuch wert. Auf dem 7000 Quadratmeter großen Museumsgelände findet man zum einen das Museum mit seiner ständigen Ausstellung »Wasser für Berlin« und seine Sonderausstellungen, sowie ein Außengelände mit Ausstellungsexponaten zum Anfassen. Neben den Ausstellungen wird das Museum für weitere kulturelle Veranstaltungen genutzt. So finden seit der Gründung zahlreiche Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen statt. Die Maschinenhalle ist wegen ihrer hervorragenden Akustik und ihrer eigenen Atmosphäre des neogotischen Industriebaus besonders beliebt.